Hallo und willkommen zurück zu Vlog Nummer 11 und jetzt habe ich den richtigen Vlog geschafft. Wir bekommen wieder royalen Besuch von den Männern in rot-gold-schwarz. Nummer 1 ist schon hier. Hallo Schatzi. Hallo Maus. Und die anderen kommen erst. Aber dieser Vlog wird wieder voller unnötiger und dummer Kommentare sein. Viel Quality Content. Aber es ist auch ein Upschied, weil es das letzte Wochenende ist. Und dann gibt es wahrscheinlich länger nichts mehr zu sehen von Akutus, Charlie Beat und Paul Crax. Und vor allem Justice. Ja, aber jetzt mal weniger davon. Zurück zur Uni. Viel Spaß im Vlog. Warum, oder? Hey Boys. Geht's euch gut? Super gut. Willkommen wieder im richtigen Land. Die Essenszeit ist schon vorbei. Es ist ja zu spät, Jungs. Jungs. Sehr gut. Sehr gut. Aufs Machen. Juicy Juice. Oh, servo. Servo. Alles gut. Servo. Alter, servo. Danke auch. Da hat er was mitgebracht, Arschloch. Juuuus. Jungs. Jungs ist jetzt ein echt vorbildlicher Gäste, kann man nichts sagen. Nur nicht. Ich bin wirklich... Ihr seid vorbildliche Gastgeber, Alter. Ja, hey. Kein Ding. Was würde man sonst über uns Österreicher sagen? Das ist ein Gentleman, kann ich euch vorstellen? Der verlorene Bruder kommt aus dem Norden zurück. Welche Geschmack? Das ist dumme Close-Ups von Gesichtern. Das ist immer. Ich summ dir gleich in die Nase, Motherfucker. Chris, mal ganz ehrlich, warum... So oft, wie viel Isu du haben willst? So, Leute. Der Crax redet noch. Der Justice, äh... Wir sind auf dem Weg nach Kroatien. Äh... Chris. Ihr könnt ja nur umschlussichtigen. Geil. Und das Ganze in Berlin zu machen. Ja. Also, wie ihr seht, ist hier schon wieder große Action am Start. Ich hab ein bisschen froh, dass wir ihn jetzt rwechselt. Weil ohne uns sind die Vlogs einfach langweilig. Muss man ja schon wirklich mal sagen. Ähm... Ja. Der Quantity Content fehlt, glaub ich. Wir repräsentieren den Quantity Content. Richtig. Also, wenn du es im Duden nachfälligst, stehen wir als... Ich stehe da, äh... Die Bunga-Boy. Die Definition. Die Resident tutorial wird uns noch nicht Schön unscharf so. Så ganz klassis. W�na, da fahren wir hin. Geil. Krass. Wow. Das ist so, wie das aussieht. An dieser Stelle müssen wir leider die Aufnahme unterbrechen, denn nach diesem Geräusch sind vier Unfälle verursacht worden und Donald Trump wurde zum Präsidenten gewählt. What? Three last time. What? Three last time. Three last. It is sad, man. What should I say, man? What should I say, man? Oh! Lili, was geht? Was denn? Was geht? Einfach nur Hallo. Ich weiß auch nicht, also wir müssen das jetzt die Wochen noch irgendwie... Diesen Monat sind keine Ananassocken im Trend, sondern Zitronensocken. So läuft die heutige Mode. Zitronensocken. Erdbeben. Was? Hallo, wir sind heute wieder in der Uni. Und zwar, wir sind heute Live-Recording gemacht. Ich bin hier mit meinen Oberbros, mit meiner neuen Gang. Ich nenne sie Lili und Akutus. Und jetzt denke ich, wir machen jetzt die Uni unsicher. Und wir checken uns jetzt mal diese Musik da drin lassen. Awesome! Woohoo! Bye! Musik Musik Oh mein Gott Oh mein Gott Mal einmal Also Justice hat doch gemeint er braucht dringend eine Pizza mit wie Pizza? Wie heißt die? Pizza süße Ziege Das ist meine neue Gang Rich Bitch Und Ober Gangster Schlechthin Legt euch weder mit ihr noch mit ihm an Ich bin dein Schützling A.k.a. Jimmy Neutron A.k.a. Hildegard 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 Das hat er einfach krass gemacht. Also... Wow! Wow! Hey, wir haben noch Bier. Was machen wir damit? Du Wichser, Alter! Ich hatte auch ein Messer in der Hand. Willkommen zu Dudes auf Dächern. Porno! Penis. Über Bord! Wir hören uns auf die guten Regel. Eiswürfe. Aaaaaaaaaah! Oh, das war eine geile Snare gewesen. Heute im Programm Kaffee mit Kristeck. Nooooo! Ja, 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 ja. Deverannia! Ja, 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 ja. Wow, wow, au, wow, au, 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 au! Jetzt gehört es jetzt raus. Also so scheint immer der Vlogger aus, die Ladies and Gentlemen. Es ist gerade eine Krisensituation. Krisensituation. Krise gelöst. Machen wir was beeindruckendes. Blend. Komplett! 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 From the world! Charlie Beat, Paul Courax. Ich kack dir irgendwann noch in die Fresse. Lass dir auf jeden Fall noch ein Like da. Paul Courax, Charlie Beat und dann guckt du... Das wird heute nichts mehr aus. Ja, mach ich jetzt mal hoch geht. Carly! Carly! Schau! Er ruft dir und er kommt. We loved it. Oh ja! Honey, you're gonna fuck me good! Neee! Moin! Charlie Beat! Also um mal kurz das klarzustellen, wenn ihr Vlogs schauen wollt, die total cool sind und ich wusste quality content, dann schaut Nico und Chris an. Quality content! Quality content! Quality content! Quality content! Quality content! Serge Me definitiv! Fun Ş gibi! vrakte! Kaaj! ativa! 2 5 5 6 K 1 Untertitelung des ZDF, 2020